Oh mein Gott, ihr wolltet alle wissen, was wir in der Grube auf der Insel mitten auf dem See gefunden haben? Denn hier drin ist das Geocaching versteckt, versteckt. Vielleicht habt ihr ja schon erkannt, was es ist. Der Gewinner von Schnickstack Schnuck darf es jetzt rausholen, es war Anna. Aber als es Anna dann rausgeholt hat, waren wir vollkommen verwirrt. Denn es sah zuerst aus, als wäre es nur ein 20-Euro-Schein, aber da hinten stand einfach noch was drauf. Wir können nur das Rätsel nicht lösen, vielleicht könnt ihr uns hier aber dabei helfen. Schickt mir eine DM, wenn ihr es lösen könnt. Die besten Lösungen bekommen eine Audio von mir.